Freitag, der 23.08.2019. Es ist totenstill an der Friedrich-Gerbert-Gesamtschule, als auf einmal große Panik ausbricht. Ein Feuer! Es stellt sich heraus, dass ein paar Schüler aus Protest gegen den Klimawandel einen großen Haufen von Plastikflaschen anzündeten. Die Schule fühlt sich nun dazu verpflichtet, die Schüler darüber aufzuklären, was wirklich gegen den Klimawandel hilft. In diesem Video zeigen wir euch, wie ein Schüler namens Max es geschafft hat, klimafreundlich zu leben. Am ersten Tag fing er an, seinen morgendlichen Kaffee vom Bäcker in seinem eigenen Becher zu holen und nicht einen aus Pappe mit Plastikdeckel, den er im Nachhinein sowieso wegschmeißen würde, mitzunehmen. Das verringert den Müll, den man verbraucht, um einiges. Außerdem dreht er seine Heizung von jetzt an runter, um weniger Strom zu verbrauchen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Als er am nächsten Tag einkaufen geht, schnappt er sich einen Rucksack und verzichtet dabei auf Plastiktüten, die sehr schlecht ökologisch abbaubar sind. Als er vor der Fleischtheke steht, überlegt er, welches Fleisch er kaufen soll, Hähnchen oder Rindfleisch. Max weiß, dass ein hoher Fleischkonsum nicht gerade gut für die Umwelt ist. Jedoch möchte er nicht unbedingt auf Fleisch verzichten, wie wahrscheinlich viele von euch auch. Aber dann erinnert er sich, was seine Lehrerin gesagt hat. Man sollte weniger Rindfleisch essen, da Kühe sehr viel Methan produzieren, was sehr schlecht für die Umwelt ist. Also entscheidet er sich dafür, Hähnchenfleisch zu kaufen, da diese weniger Methan produzieren. Am nächsten Tag regnet es sehr doll und Max' Vater bietet ihm an, ihn mit dem Auto zur Schule zu fahren. Max lehnt jedoch ab. Er erklärt seinem Vater, ich versuche momentan klimafreundlich zu leben und Autos stoßen eine Menge CO2 aus. Es ist besser, mit dem Fahrrad zu fahren und eine Regenmatte mitzunehmen, um sich dennoch vor dem Regen zu schützen. Max' Vater nickt und findet es super, dass Max sich dafür einsetzt. Jeder sollte etwas gegen den Klimawandel tun. Auch die kleinste Veränderung seines eigenen Verhaltens kann etwas bewirken. Hier noch ein paar weitere Tipps, was man gegen den Klimawandel alles tun kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht fängt der eine oder der andere jetzt an, sein Verhalten zu verändern. Denkt daran, es ist unsere Erde, die wir retten wollen. Bis zum nächsten Mal.